Dieses Video ist ein Q&A. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mal im Community-Post gefragt, ob es irgendwelche Sachen gibt, die dich total interessieren, auf die du aber noch keine Antwort gehört hast. Diese Fragen möchte ich im heutigen Video beantworten, ist es nämlich einiges Interessantes dabei. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Nach einem kurzen Intro geht's sofort los. Die erste Frage kommt von Ricardo. Die hatte er mir per E-Mail geschrieben, nicht unter die Kommentare, aber ich finde sie so spannend, dass ich sie jetzt hier mit beantworte. Er sieht mich, ich nenne aber aus Gründen der Anonymität den Vornamen. Er schreibt, sehr geehrte Frau Reinbold, ich habe mir oft die Frage gestellt, warum ich die Klappe des kleinen Fingers der rechten Hand offen lassen muss bei den meisten Noten. Schon als ich nur eine Yamaha Five besaß, stellte sich die gleiche Frage. Tatsächlich hört man keinen Unterschied im Ton, ob ich die Klappe offen oder zulasse. Ich denke, es hindert eher ein schnelleres Wechseln der Noten beim hohen Tempo. Darf ich diese Klappe ab und zu mal ignorieren oder bin ich schwerhörig? fragt er. Ich bin kein Konzertflötist oder professioneller Musiker. Ich spiele als Spaß und Liebe die Musik. Deswegen die endgültige Frage, ist es eine musikalische Sünde, diese Klappe nicht so genau zu benutzen? Ich bedanke mich ganz herzlich für eine Antwort Ihrerseits. Diese würde mir eine langjährige Frage endlich beantworten. Ich würde gerne vorschlagen, ist als Thema für ein zukünftiges Video bei Ihrem YouTube-Kanal. Warum muss man diese Klappe nutzen? Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Freundlichen Grüßen, Riccardo. So, das war jetzt eine lange Mail, aber eine gute Frage, weil das liegt wirklich auf der Hand. Man drückt immer diese CIS-Klappe und hört wirklich wenig Unterschied im Klang. Also, laut Theobald Böhm gibt es tatsächlich einen akustischen Hintergrund für die ganze Sache. Es sollen unterhalb des gegriffenen Tones alle Löcher offen sein. Und die DIS-Klappe öffnet ja die Klappe, sie schließt sie nicht wie die meisten anderen. Und aus diesem Grund soll man die Klappe gedrückt halten. Es ist schon so, dass bei den meisten Tönen kein klanglicher Unterschied zu hören ist, aber relevant wird es wirklich beim E. Das hört sich ohne die gedrückte Dis-Klappe ganz scheußlich an. Also, es ist definitiv klarer, es intoniert auch besser und ich wette, Riccardo, dass auch Sie das jetzt gehört haben. Vielleicht einfach mal die Ohren ein bisschen schärfen und darauf achten und dann ist das definitiv besser. Auf jeden Fall für diesen Ton. Es gibt noch einen anderen Grund und zwar einfach einen technischen. Das Drücken der DIS-Klappe stabilisiert die Flöte. Dadurch hält sie einfach ein bisschen stabiler in der Balance, die ja sowieso bei uns ein bisschen schwierig ist. Dadurch, dass unsere Achsen nach innen immer ziehen, ist es durchaus angenehm, hier den kleinen Finger drauf zu haben. Es gibt natürlich zugegeben ein paar Griffwechsel wie DE, wo Vierter und Fünfter sich abwechseln. Die sind dann nicht mehr so angenehm zu spielen. Das wäre einfacher, wenn der kleine Finger nicht wäre. Dafür klingt das E halt einfach besser. Also, ich bin auf jeden Fall dafür, die Griffe offiziell zu spielen, wie sie auch gedacht sind von Herrn Böhm. Das hat er sich halt so überlegt. Sie sind gut und ich bin gar kein Freund von Schlampergriffen. Ich mag das persönlich nicht und deswegen auch aus ein bisschen Selbsterziehung und für die Motorik unbedingt ganz klarer Rat von mir. DIS-Klappe immer benutzen, wenn sie benutzt werden soll. Als nächstes schreibt Anke. Anke schreibt, Hallo Katja, mir gelingt es nur selten, das Gis in der dritten Oktave zu spielen, während das Fis ganz gut anspricht. Zudem übe ich fleißig das Vibrato, komme aber dadurch regelmäßig aus dem Takt, weil ich die entsprechende Note dann zu lang spiele, weil ich zu viel Zeit benötige, bis das Vibrato richtig in Schwung kommt. Ich würde mich über ein paar Tipps von dir sehr freuen. Also, liebe Anke, das Fis und das Gis in der dritten Oktave sind für mein Empfinden tatsächlich die schwierigsten Töne auf der Querflöte. Die kommen sehr, sehr schwierig raus. Was ein bisschen seltsam ist, ist, dass du sagst, dass das Fis kommt und das Gis nicht, weil die Töne eigentlich sehr ähnlich reagieren. Möglicherweise begünstigt deine Flöte den einen Ton mehr als den anderen. Das hängt auch manchmal ein bisschen vom Instrument ab. Möglicherweise fehlt es ein bisschen an Stütze. Ich würde jetzt erstmal Oktaven üben und zwar nicht immer gleich bei diesen allerswierigsten Tönen anfangen, sondern mich so ein bisschen rantasten. Also, vielleicht beginnst du mal mit E. Und dann schleuderst du den oberen Ton mal so richtig raus, dass dein Zwerchfell schön aktiviert ist. Und dann gehst du mal chromatisch nach oben. So, und dann probierst du es mal auf diese Weise, mal so ein kleines bisschen mit Power den oberen Ton rauszubekommen. Vielleicht reicht das ja schon. Du kannst aber auch dir das noch ein bisschen schwieriger machen, indem du den Griff der Mittellage in die obere Lage überbläst. Dann musst du prinzipiell auch ein bisschen mehr machen von der Stütze. Es kann ja auch sein, dass du mittlerweile so einen Horror hast vor diesem Ton, dass du einfach total fest machst und dass er deswegen nicht kommt. Du kannst deinem Ton auch noch die Ansprache erleichtern, indem du rechts mit dem dritten und vierten abdeckst. Dann steht der Ton ein bisschen besser und spricht auch leichter an. Vielleicht hilft dir das ja. Und er kommt auch ein bisschen runter von der Intonation. Ich habe da mal ein Video gemacht über Hilfsgriffe. Da kommt er auch vor. Und wenn du das jetzt schaffst, besser mit diesem abgedeckten Griff, kannst du ja mit dem anfangen und dann die Finger lösen und dann versuchen, den Ton stehen zu lassen. Manchmal kommt man durch die Hintertür dann doch zur Lösung. So, als nächstes schreibt Ninja Fox mit einem Pseudonym. Vielleicht etwas schwer zu beantworten, aber wie viel Neben- bzw. Luftgeräusch ist am Anfang akzeptabel und hört man bei Fortgeschrittenen bzw. Profis wirklich gar kein Luftgeräusch, wenn sie spielen. In Aufnahmen klingt alles immer sehr sauber. Also Tatsache ist, dass beim Querflötespielen Luft verloren geht. Ansonsten hätten wir gar nicht die Chance, unser Instrument zum Schwingen zu bringen. Wir blasen ja über das Loch und circa ein Drittel der Luft streicht darüber, verwirbelt an der gegenüberliegenden Mundlochkante und bringt so die ganze Luftsäule im Inneren des Instruments zum Schwingen. Das heißt, wenn wir also nicht Luft verlieren würden, dann könnte unsere Flöte nicht klingen. Jetzt ist aber natürlich genau die Kunst, dass man das eben nicht so hört, dass Luft neben raus geht. Und es ist tatsächlich so, dass beim Profi kaum Nebengeräusche zu hören sind, es sei denn, sie werden absichtlich herbeigeführt als Klangfarbe. Für einen Anfänger ist das total normal, dass die Luft rauscht, weil der Anfänger einfach noch nicht so schafft, seine Luft so zu bündeln, dass er eben optimal in das Loch trifft. Anfänger spielen gerne mit zu großem Mundloch oder mit zu wenig Lippenspannung oder mit zu viel Lippenspannung. Die haben einfach das Richtige, die richtige Dosierung noch nicht rausgefunden und deswegen rauscht es. Viele spielen auch mit viel zu viel Luft, die überpusten dann die Töne. Und deswegen wird es einem Anfänger auch gerne mal schwindelig. Jetzt könntest du mal überprüfen, wie dein Mundloch so aussieht, ob es vielleicht ein bisschen zu groß ist, wenn das jetzt bei dir rauscht, ob du es ein bisschen optimieren kannst. Stell dich doch dazu mal vor den Spiegel und schaust dir an. Und eine andere Sache, die auch zum Rauschen des Tones führen kann, ist der Blaswinkel. Auch den haben die Anfänger in der Regel noch nicht so ganz herausgefunden. Wenn die Flöte zu sehr geöffnet ist, streicht natürlich zu viel Luft vorbei. Der Ton klingt total haurig und indifferent. Und wenn du zu stark nach innen drehst und zu viel Mundloch mit deiner Unterlippe zudeckst, dann rauscht es auch wiederum, weil die Luft sehr stark an der Kante dann verwirbelt. Also das gilt es mal zu überprüfen, wie viel von deinem Mundloch du offen hast und wie gut du mit deiner Luft in dein Mundloch rein triffst. Eine andere Sache ist die Lippenspannung. Es rauscht auch dann, wenn du zu sehr kneifst mit den Lippen. Dann kriegst du nämlich eine hohe Luftgeschwindigkeit und die äußert sich dann auch gerne in Nebengeräusch. Dadurch wird der Lippenspalt ganz eng und dadurch rauscht es dann eben auch. Und ja, bei Profis rauscht es kaum. Die klingen schön, die klingen rund, die klingen elastisch und locker. Es hört sich immer ganz einfach an, wenn jemand spielt, der es kann. So ist das eben. Die Profis haben das lange studiert und lass dich davon nicht unterkriegen. Versuche es ein bisschen zu optimieren. Und wenn du jetzt schon hörst, dass es rauscht und dass es dir nicht gefällt, ist der erste super Schritt, das zu verbessern. Das ist total gut, weil wenn einer das nicht hört, dann ist es egal. Aber dich stört es und dann wirst du sicherlich auch hinkriegen, indem du einfach mit deinem Ansatz ein bisschen rumprobierst. So, Antje fragt. Ich glaube, Antje, das hast du schon mal gefragt, wenn ich mich nicht irre. Mich würde interessieren, wie man genau im Barock artikuliert. Oft hat man ein nacktes Stück ohne Bindungen oder Artikulationsbezeichnungen und es ist dem Spieler überlassen, wie er es macht. Genauso mit den Verzierungen. Soviel ich weiß, gibt es da schon ein paar Regeln. Bei meinem letzten Stück habe ich das intuitiv ganz gut hinbekommen. Wir besprechen das ja im Unterricht, aber beim nächsten Mal stehe ich wieder da. Wie war das nochmal? Liegt es vielleicht an meinem Alter? Für alles bleibt dann sowieso nie die Zeit im Unterricht. Also, Antje, keine Sorge, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Barock ist eine komplexe, komplizierte Angelegenheit. Die Regeln sind aber gar nicht so kompliziert. Die erkläre ich dir jetzt kurz. Also, die erste Regel ist, dass Tonleitern, zusammenhängende Tonleiter, in der Regel gebunden werden. Es sei denn, es ist ein kleiner Bruch in der Tonleiter. Dann wird ab der Stelle dann ein neuer Bindebogen angefangen. Und was auch gerne gemacht wird, bei einem Richtungswechsel wird ein neuer Bindebogen angefangen. Also sowas hier würdest du so binden. Wenn da jetzt ein kleiner Sprung drin ist, würdest du es so machen. Große Sprünge werden auf jeden Fall gestoßen. Das haben die früher auf ihren alten Flöten gar nicht hingekriegt. Das ist der Hauptgrund dafür. Und bei den großen Sprüngen ist es immer wichtig, dass du weißt, wo die Melodielinie ist. Die wird hervorgehoben und die andere Linie ist im Prinzip die zweite Stimme. Die ist gar nicht so wichtig, dass die ein bisschen fallen lässt von der Wichtigkeit her. Ganz oft ist unten die wichtigste Stimme. Der obere Ton klingt sowieso. Auf den muss man sich nicht sonderlich konzentrieren. Wichtig ist die untere Linie, dass der Ansatz dafür schon eingestellt ist, dass die Linie schön herauskommt. Und niemand würde so einen Sprung im Barock oder in der Klassik binden. Was auch eine Figur ist, die im Barock und auch in der Klassik viel vorkommt, ist die Wechselnote. Und Wechselnoten werden immer gebunden. Auch sie sind im Grunde eine zweite Stimme. Die Hauptstimme ist meistens auf der Eins, wenn wir jetzt Sechzehntelgruppen haben. Die erste Note einer Vierergruppe ist dann die betonte und die wichtige. Und das andere ist nur Füllmaterial. Und was eben auch wichtig ist in der Barockzeit, in der Klassik, dass du Stellen, die du einmal auf eine bestimmte Weise artikulierst und die kommen dann später wieder, dass du da dann entsprechend das so machst wie beim Anfang, dass eben das so ein bisschen konsistent ist. Die Triller werden prinzipiell von oben begonnen, manchmal mit einem kleinen Vorschlag, manchmal mit einem längeren Vorhalt, je nach Zeit und Dauer des Trillers und je nach Charakter, also je nachdem, ob du einen schnellen oder einen langsamen Satz hast. Und ja, manchmal stehen Triller nicht drin. Das ist dann oft so, dass am Schluss, bevor wir die Zieltonart erreichen oder auch die Dominanttonart beim Ende eines ersten Teils. Da sind dann die sogenannten Kadenztriller, um diese Zieltonart zu unterstreichen. Da steht tatsächlich oft nichts drin, aber an der Stelle wäre dann ein Triller angebracht. Viele Komponisten notieren ihn aber. Diese Artikulationsregeln, also dass man beispielsweise große Sprünge nicht bindet, das hat tatsächlich viel mit den Instrumenten der damaligen Zeit zu tun. Wenn du überlegst, die hatten ja nur eine Klappe, waren auch aus Holz, waren auch nicht so klar und leicht in der Ansprache wie unsere Teile, die wir heute spielen. Und demzufolge haben die Leute das eben so gespielt, wie es halt ging. Und daraus hat sich dann eben dieses Regelwerk entwickelt. Wir könnten mittlerweile auf unseren Instrumenten das natürlich anders machen, auch schneller, was manche auch tun. Aber ich denke, wir sollten die Musik der damaligen Komponisten in ihrem Geiste spielen und dann schon auch versuchen, die Spielweise irgendwie so ein bisschen nachzumachen, wie sie das eben damals gespielt haben. So, die letzte Frage kommt von Dennis. Dennis fragt, Hallo, ich würde gerne wissen, ob es eine einheitliche Übersicht über die wichtigsten Hilfsgriffe für Querflöte und Piccolo-Flöte gibt. Bisher habe ich mir nur ein Sammelsurium aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. Ich spiele Piccolo-Flöte und muss natürlich häufig zur Querflöte wechseln. Gibt es hier spezielle Übungen und Tipps für diese schnellen Ansatzumstellungen? Vielen herzlichen Dank, Dennis. Ja, danke Dennis für deine Frage. Es gibt natürlich jede Menge Grifftabellen und auch Triller-Tabellen und ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich etwas gefunden. Und zwar gibt es einen Professor an der Indiana University, der heißt James Jell Parerite und er hat ein Werk geschrieben, A Modern Guide to Fingerings for the Flute. Und da könntest du eventuell mal reinschauen. Man kann auch, wenn du das aufrufst im Internet, ich kann dir das gerne verlinken. Da kann man auch reinschauen in die Noten. Also für meinen Geschmack ist es nicht so wahnsinnig übersichtlich geschrieben, aber vielleicht kommst du ja ganz gut damit klar. Das Werk behandelt Griffe, Trillergriffe, Tremologriffe, Vierteltöne und Multiphonics. Da ist schon einiges drin. Ich habe auch drei Videos zum Thema Hilfsgriffe gemacht. Da sind die wichtigsten Hilfsgriffe drin, auch sogar mit Grifftabellen und zwar sortiert nach Intonation, Ansprache und Technik. Also da solltest du auch unbedingt nochmal reinschauen. Ich verlinke dir die Videos in der Infobox und hänge sie dir auch nochmal hinten dran. Und zum Thema Flöte, Piccolo, der Wechsel. Ich fürchte, ich muss passen, es gibt keinen Trick, keinen Geheimtipp außer üben. Das ist einfach eine Routinesache, dass man sich schnell jeweils auf dem anderen Instrument dann wieder zurechtfindet. Das musst du einfach viel machen. Du musst deine Flöte üben und sehr gut kennen, du musst deinen Piccolo üben und sehr gut kennen und du musst dieses Wechseln viel machen. Und du könntest doch zum Beispiel, wenn du jetzt irgendein Stück übst, mal innerhalb des einen Stückes öfter das Instrument wechseln. Die meisten Stücke kann man ja auf beiden Instrumenten spielen. Warum denn nicht? Ansonsten einfach Augen zu und durch. Aber auch zum Piccolo habe ich zwei Videos gemacht. Das lohnt sich vielleicht nochmal reinzuschauen. Da habe ich auch Notenvorschläge und ein paar wertvolle Tipps auch zum Thema Piccolo. Auch das findest du unten dann in der Infobox. Ich fand das total schön, die ganzen Fragen zu beantworten und vor allem, dass so viele gute Fragen bei mir aufgetaucht sind. Vielleicht ist ja jetzt so ein bisschen der Hunger nach noch mehr Fragen entstanden. Dann schreibe doch gerne in die Kommentare, welche Themen dich noch interessieren, wo du schon immer etwas wissen wolltest und dann können wir bald wieder so ein Q&A machen. Ich hoffe, dass du das Video genauso interessant fandest wie ich und freue mich, dich bald bei einem neuen Thema wiederzusehen. Bis dahin! Bis zum nächsten Mal!